Hä? Loll? Wo ist denn jetzt schon wieder meine Kamera? Yeah, Alter, das ist mein Jam! Er zieht in der Woche 10 Tore per Kopfball und erhalte einen Silberspieler-Pack. Wow! Das brauche ich aber. Trifft diese Woche auf ihn 5 Separat... Separatisten. Die Separatisten wollen die Welt einnehmen. Zu viel Star Wars geguckt, Alter! Ah! Aha! So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf den anderen Account und ziehen dort die Packs. Ich schreibe schonmal unserem Bratan Nummer 1, Vince. Hi Vince! Ähm, ich bin gerade am Livestream und ich wollte dich fragen, ob ich auf deinen Account gehen dürfte und die Packs ziehen dürfte. Danke! Wenn ihr mir danach nen Korb gebt, ist das ja immer so ein Arschloch! ... Dieses Video wird wieder einmal von meinem Partner wohnfurt und unterstützt. Also holt euch die! Haha! Ich bin heute Morgen aufgestanden, hab erstmal meine Frauenbinde abgelegt. Ihr wisst ja, ich bin ja Frau. Freunde, meine Frauenbinde war dunkelgrün. Was heißt das, wenn eine Frau in der Erdbeerwoche dunkelgrün, äh, Kot auskackt aus, äh, ja ihr wisst was ich meine? Ja, die hat Glück und dementsprechend habe ich gleich Glück beim Packs ziehen, Freunde. Wow! Alles klar, Freunde! Komm Longsang! Wuh! Nice! Ah! Ah! Wuh! Nosepack! Ach du heilige Scheiße! Ich hab Thomas Pate gezogen. Alles klar, Leute! Wuh! Ach du Scheiße! Oh, nur ein Schuh! Oh mein Gott! Der einzige Spieler, den ich ziehen wollte aus dem Team der Woche! Digga, der kommt einfach ins Team! Ja, Mann! Wuh! Wuh! Auf zu den White Chicks! Nice! Wuh! Alles klar, Freunde! Hier habe ich noch ganz viele UCL-Packs. Da habe ich sogar noch ein Tradable-Drei-Spieler-Packs. Pahier! Wow! Thomas Pate! Leute, der verfolgt mich! Ich hab ihn in so ein See gezogen. I'm Nictus Neo and I'm your Selbstverteidigungstrainer. When somebody runs in front of you and wants to Vergewaltigung you, you must say, Halt, stop! Ich will das nicht! Polizei, bitte helfen Sie mir! Bitte helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Nobody will ever pack a boy to go and you in front of your Polizei! Freunde! Diese Meister-Yoda-Figur hat mir 70 Euro gekostet! Wisst ihr, Leute? Jedes Mal, wenn ich ein paar Bitches einlade und denen sage, ey, wisst ihr was? Seht ihr diese Yoda-Figur da? Alter, die hat 70 Euro gekostet! Ja, und dann... Ja, was soll dann passieren, Freunde? Dann rasten die Bitches halt einfach komplett aus, ja? Dann sagen die, ey, Niklas! Du bist der Hälfte, den ich je gesehen habe! Und ich sage, sorry, aber... Ich stehe auf Männer! Hehehehe! Uuuuh! Baby! Nice, Alter! Thomas Partey! Oh mein Gott! Ich hab die jetzt schon zum dritten Mal gezogen! Wow! Boah! Hunter-Cemistry-Style! Der ist 5k wert! Wow! Nose-Path! Kevin Vogt! Ach, scheiß die Wand an, Alter! HTHP No Digi Didongo alias The Titty Twister! Ach, scheiße! Dennis Suarez ist der einzige Suarez, den ich ziehen kann, Freunde! Komm, bitte! Nein! Emre Can, Digga! Ich dachte, ich hab Sami Kedürn gezogen! Mandzukic! Oh, cool! Ach, schon wieder kein Walkout! Oh, ich fick die Zwieger, Alter! Alter, wenn ich irgendwann mal einen Champions-League-Workout ziehe, ne? Ich glaub, dann tanze ich einfach! Oh! Ein Balken! Cool! Wow! Ach, scheiße, Freunde! Ach, fick die Zwieger, ohne Witz! Oh, ich hab keinen Bock mehr, Leute! Was denn Schmelzer! Oh mein Gott! Der Scheiße hier! Ah! Das ist davon? Oh mein Gott, wie viel passionate und Solid was ihr Inhalteul!